Hallo, wir begrüssen sich zum Start in Kalenderwoche 27. Nächste Woche kommt Dario Emmenecker zu uns die Probe zu arbeiten. Letzten Montag haben unsere Lernenden Interviews gegeben und sie sind auch porträtiert und gefilmt worden. Wir sind jetzt natürlich ganz gespannt auf die Berichte und auch auf die Videos, die wir dann auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlichen. Am Freitag war noch das Firmenturnier in Malters. Unsere Mannschaft hat es zwar nicht in die Final-Runde geschafft, aber wir hatten eine super Zeit auf dem und auch neben dem Platz. Wir haben letzte Woche aber auch noch sehr intensiv gearbeitet und wir zeigen Dir jetzt ein paar super Aufnahmen von unseren Kundengärten und unseren Baustellen. und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.